Guten Morgen! Heute verladen wir mal Hexelgut in einen Treckerdamper. Na ja, schaut mal zu. Und das ist mal eine schöne Aussicht über die gesamte Baustelle. Da klicken wir ab. Und das ist der Rest von der ganzen Schose. Die Sonne ist scheiße. Und das müssen wir alles noch wegladen. Die ganzen auf. Na ja. Ich würde sagen, schaut euch das ein bisschen an. Gut. Vielleicht habt ihr Spaß dran. Gut. Das ist ein Malweil. Das ist ein Malweil. Das ist ein Malweil. Der gränzt sich schon aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020